Es gibt keine Regeln. Es gibt keine roten Karten, es gibt keine Außenseite, es gibt keine Referee. Wir haben hier sehr viel zur Ablenkung am Start und bei jedem Tor switchen die zwei Jungs. Es gibt literally zero Regeln. Okay Jungs, seid ihr bereit? Super. Auf jeden Fall Martinez, Minus, Bank. Es ist ein Spiel ohne Regeln. Ich muss jetzt spielen. Okay, Rames muss aber raus. Es gibt kein Abseits hier. Zentral. Torwart, Torwart. Oh, gut, gut, gut. Stark. Jetzt, Marie-Drein. Let's go! Goal, Lassau! Nice, Jungs! Vamooo! Tänne die Liga, go! Change, change. Jaaaaah! Vamooo! Lassau! Tschüss! Komm! Tschüss! Jawohl! Oh, Jungs! Let's go, Jungs! Tänne die Lassau! Beim nächsten Tor machen wir den Nass. Beim nächsten Tor machen wir den Nass. Beim nächsten Tor machen wir den Nass! Ui! Ui! Oh, die Masse! Ja! Tschüss! Bravo! Goal, Lassau! Stop, 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 stop. You play 20 hours a day, my friend. We need to change. Ok. Schüss! Da muss dein Pflaster her, Jungs. Jawoll, Jungs! Ein Pflaster? Du musst denen ja ein Pflaster geben. Ja, das ist die Doppelgrätsche. Mach sie nass. Schönes Ding. Noch mal zurück. Der kommt noch mal. Please stop, stop, stop. It's not for kids. It's not for kids. Boys, do you have a girlfriend at home or play all the time like this? Chief! Chief me! Fellas, enjoy your trophy. Congratulations. You guys are the FIFA 19 Pro Player Tournament. Wow! Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020